Heyho und willkommen zu einem weiteren Borderlands 3 Schwarzmarkt Positionsvideo. Wir befinden uns in der 165. Woche des Schwarzmarktes, beziehungsweise in der Woche vom 30.5. bis zum 6.6. Der Planet, auf dem wir sind, ist wie letzte Woche Eden 6. Diesmal ist die Zone aber Jacobs anwesend. Und wir müssen ungefähr da hinten hin. Ich zeige euch natürlich einmal den Weg und rede währenddessen darüber, was es diese Woche so schönes gibt. Denn diese Woche ist eine absolute Banger-Woche, beziehungsweise Banger ist relativ. Ich muss aber sagen, dass ich an keiner Waffe diesmal was auszusetzen habe, was relativ selten ist, muss ich auch gestehen. Denn wir haben einmal die Hellshock, einmal die Auto-Aim. Auto-Armee, Auto-Aim, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Oh ja, jetzt, ich hätte nicht schießen dürfen, das hat das Spiel gerade komplett überfordert. Ich muss nicht mal bei Granaten. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe sonst downgear. Ja, Special-Effekte, wuhu, ich sehe gar nichts mehr. Cool, oder? So macht das Spiel doch am meisten Spaß. So, haben wir es jetzt? Da sind auch noch zwei hier. Jetzt, ja, ja. Könnt ihr bitte sterben? Cool. So, du noch. Und da kommt auch noch einer. Ey, jetzt, wir hoffen in der Deckung zu sein. Haben wir es? Na, einer noch. Na, einer noch. So. Bisschen stressig hier sind viele Gegner, aber wir gucken uns einmal den Automaten an. Ähm, stimmt, die Nike-Arken habe ich komplett vergessen. Nighthken, auch Medaille mit dem Nighthken, die Auto-Aim, Auto-Aim, französisches E, keine Ahnung. Und die Hellshock. Ich kann euch alle drei Waffen nur empfehlen. Die, die ich am liebsten spiele hiervon, ist definitiv die Hellshock, einfach weil ich sie am lustigsten finde. Denkt allerdings bitte dran, wenn ihr am Automaten wart und dann die Zone bzw. das Spiel verlässt, verschwindet der Automat für ungefähr eine halbe Stunde, in der halben Stunde könnt ihr machen, was ihr wollt. Oder, keine Ahnung, ähm, staubt mal ein bisschen eure Regale ab oder farmt halt einfach für neues Geld, um es dann wieder beim Automaten ausgeben zu können. Nochmal kurz zur Erinnerung, wir sind auf Eden 6, wir sind auf den Jakobs anwesend und wir müssen hier hinten hin. Ist ein ziemlich kurzer Weg und für die drei Waffen, muss ich sagen, lohnt es sich diese Woche definitiv den Weg, das ein oder andere Mal mehr zu gehen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen, ich bedanke mich natürlich vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein!